Hallo und herzlich Willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. Wir haben ja gestern nochmals alle Missionen gemacht, die zum Event Evangelion wichtig waren. Ich konnte die nicht alle machen, da ich noch ziemlich mit der Story hinterher liege. Wir werden heute noch weiter am Event arbeiten, zum anderen auch unsere Dailies abarbeiten. Mal schauen, also wir haben vieles, wir hatten gestern ja noch mal das Glück gehabt, zum Ende, dass wir zweimal Gold gezogen haben, zwei neue Waffen, freut mich. Äh, so. Ich habe eine neue Story geschrieben, aber gut, die arbeiten wir ein nach der anderen ab. Gut, hier mache ich mal wieder die andere Waffe drinnen, die von King. Wir haben auch Verbesserungen, das ist auch sehr schön. Da bekam ich ja auch den Tipp, ich sollte nur in 5er Schritte hochgehen. Hier ist etwas dumm, dass es schon weiter ging. Versuchen wir jetzt mal, Ores auf 10 zu bekommen. Okay, soweit ist gut. 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 Das war's für heute. Matrizen nochmal verbessern, was wir verbessern können. So, da haben wir auch alles gemacht. Beim Lager, was gibt's da noch? Das war's für heute. Dann muss ich mal prüfen. Schuhe haben wir noch nicht, dann kaufen wir mal Schuhe. Äh, Schulterplatte, haben wir die Schulterplatte? Das müsste das hier sein, oder? Die Schulterplatte, ja, dann kaufen wir auch noch die Schulterplatte. Genau. So, dann rüssen wir die mal aus. Sehr schön. Und dann verbessern wir auch gleich die Sachen. Dann hier gehen wir auch auf 10. So, dann schauen wir dies hier auf 10 zu machen. So. So. Dann fällt das auch auf 10. Da fehlt nur noch die, äh, die Schulter. Gut. Ähm. So. 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 Andere queueingens öffelt. So. Ah, nein, was war das? So. So, Pullen. Umfrage, was für eine Umfrage? Umfrage, was für eine Umfrage gibt es denn hier? Nehme ich auf englisch. Was ist it? On what your experience so far? How satisfied you are? Very satisfied. Mit Exemplars. How would you rate the content of the Evangelion? Ja, find ich eigentlich bis jetzt alles nice. How is it? With the following aspect of your user experience with the new collab character Asuka? Find ich auch. Alles richtig nice an hier. Which of the following statements best description? Ah, your activity status. I am your renderer. Ja, so zu sagen. How would you rate your satisfaction with your recently launch limited character? Ja, gut. Da bin ich neutral. Ich habe noch keinen von denen wirklich konnte spielen. What is your age? Ja, ich bin ein alter Sack. What is your gender? Ich bin natürlich männlich. Which of the following games have you played more of the end of the last six months? Was habe ich am meisten gespielt in den letzten Monaten? Ja gut, ich habe Sims in den letzten Monaten gespielt. Star Wars sowieso. Ja, Final Fantasy habe ich jetzt auch wieder angefangen. Was haben wir noch? Ne, das nicht. Das natürlich. Ah, ich konnte 3. Ok, gut. Find the blank question not composite based on your currently game field. Ah, da gibt es nichts weiteres zu erzählen. Versorgung. Wie? Feuerwehr. Feuerwehr. Ah, ich muss etwas fehlen. Oder? Ne? Wie? Ah. Ok. Ähm. Gut. So. Versuche mal zu kapseln. Alles soweit zu gut. Was haben wir noch? Was haben wir mit dem Schub begrenzt? prevail. Oh. Was? iety chances. Aber ich möchte dich übersetzen an. Nein. Oh. Boo. Oh. 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 Spannende Musik Ich muss etwas prüfen. Ich denke, es ist ein Grund, was ich. Ich denke, es ist ein Grund, was ich. Er hat mir das Geld abgezogen, aber ich bekam das nicht gut geschrieben. Was soll das? Moment, das muss ich aber dann beklagen, weil wieso bekam ich das Ding nicht? Das dürfte aber nicht sein. Moment. 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 Das muss ich jetzt prüfen bei Dings. Moment. 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 Wow. Moment. 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 1. 1. 1. 2. 2. 3. 6. 7. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Ich... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ähm, wo mache ich das hin? Ähm, wo mache ich das hin? Ähm, dann aber... Puh, wo mache ich das hin? Ich habe mich nicht so schön. Ich habe mich nicht so schön wie ich ver. Ich habe mich nicht so schön. Bacca, mir da. Bacca, mir da. Bacca, mir da. Bacca, mir da. Diese Fremmen sind jetzt nicht so extra. Wer gestanden hier? Wert auf. Die Kisten. Wobei, ich behalte die einfach mal für... So, dann machen wir jetzt mal zuerst die... ...die Dailies. Hm. Hä? So. Habe ich jetzt mal ein Bild. Ja? Hör! Ich muss nur nur die Däumen machen! Hör! so was habe ich hier jetzt die suche ich später ich habe eine aktualisierung dazu bekommen das heißt im wesentlichen wäre es klüger wenn ich die story weitermachen ja ja Das war's. Das war's. So, nächste Daily. Das ist die hier. Das war's. So, die hatten wir auch erledigt. Dann gehen wir die Mission machen. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So. So, das war's. 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 So, dann haben wir, ähm, nächster Punkt. So, wir haben noch eine tägliche. Whisky. Whisky sind tägliche denn? Beute ein knuspriges Hähnchenburger. Ah, ich muss kochen. Dann teleportieren wir uns wieder in die Basis. Ist das hier die Basis? Da ist der eine Boss. Hier ist die Basis. Wie du... ... 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 Ich hab den Browser auf Stumm gestellt, nebenbei gesagt, ne? Okay. Weil das aballert dir komplett die Ohren. Ja, das hab ich Stumm gestellt sowieso. Das ist so laut, jedes Mal, wenn ich da reingehe. Ich hab mir heute eine Chirom-Matrize geopfert. Um da für eine andere Matrize hochzuleveln. Hat sich aber definitiv gelohnt. So, dann guck ich mal, was gibt es hier? Tombola? Da beginnen wir mal. Brauchst du Hilfe beim Event? Soll ich's dir kurz erklären, oder schaust du das? Ich hab Matrize in der hat ein Paket bekommen. Ach, du hast schon einmal diesen Chir-Dings da gemacht? Genau. Und dann kannst du nochmal auf dieses Grey Space-Dings da gehen. Oder Grau-Raum-Inzidentitäten oder so, wie alles auf Deutsch heißt. Und dann kannst du auch nochmal so ein kleines Mini-Game machen. Da musst du den so einsperren. Wenn du's geschafft hast, dann am besten nochmal den Link teilen. Du musst den an jemanden schicken, nebenbei gesagt. Einfach nur auf Teilen drücken und dann kriegst du nochmal zwei Versuche. Und das kannst du jeden Tag, kriegst du sozusagen drei Versuche damit. Tch, du bist ein Geist. Tch, du bist ein Geist. Zweimal nach oben jetzt und dann siehst du das Outfit, das kommt jetzt als nächstes rein. Bis wahrscheinlich dann morgen, also, ja, morgen, wenn das, wenn das, ähm, wenn die Server halt down gehen. Und warte. Dann kommt das wahrscheinlich das Outfit rein. Ich find's jetzt nicht so nice, muss ich sagen. Nö. Ich find, da sieht sogar das männliche Charakter-Outfit diesmal sogar besser aus. Aber kriegst du Pen-Pen als Begleiter? Man kriegt Pen-Pen als Begleiter, ja. In dem aktuellen Event. Aber, das Problem ist bei dir, du musst dafür in Domain 9 sein. Ja, dafür wollte ich auch heute, ähm, etwas Story machen, für das ich da mal vorankomme. Ähm, ich hab jetzt verstanden, wie das mit dem Reset gemeint ist, beim Event. Du kriegst einfach ein Token, wo du die Sachen resetten kannst. Jede Woche. Ja. Hab ich jetzt auch gut bekommen. Äh, dafür, äh, behalte ich jetzt momentan noch so meine Sachen, bis ich mit der Story so weit bei bin, dass ich dann noch die Sachen dazunehmen kann. Genau, dann kannst du jedes Mal dann wechseln. Genau. Am besten versuchst du heute vielleicht Domain 9. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Später haben wir's. Ich, äh, werde heute definitiv. Schwierig, schwierig. Und endlich, äh, haben meine, meine täglichen Missionen haben heute aber gezählt. Ja, das ist gut. Wenigstens etwas. Es fehlen halt auch noch die Domain 9 Sachen, ne? Ähm, ja, gestern, äh, ich hätte auch gestern schon den Skin bekommen, aber irgendwie gab's ein Problem mit der Transaktion bei Steam, weil Steam hat es nicht freigegeben, die haben mir aber das Geld abgebucht. Äh, und da musste ich jetzt, ähm, vorhin prüfen und jetzt hab ich auch mein, äh, meine Dings bekommen. Oh, was? Äh, die, äh, die dunkle Kristalle hab ich bekommen und die, äh, Titanium. Und die werde ich jetzt aber, äh, behalten für, die, äh, die behalten ich eben für den Huey. Für die Huey. Genau. Huey kommt da jetzt auch. Also ich glaub, ich hab auch noch genügend, um sie mindestens einmal zu ziehen, wenn ich Glück habe. Und wenn ich Glück hab, wenn nicht, muss halt immer ein bisschen was aufhaben. Also ich glaub, ich hab so um die 80, also auf jeden Fall 80 Ziehungen. Also einmal, da ist das Air-Charakter so auf jeden Fall garantiert. Aber ob ich halt, äh, gewinne, ist wieder eine andere Sache, ne? Ja. Ich hab schon wieder zwei Leveln dazu, bin 56 jetzt. Oh, nice. Bam, sagen wir mal so, bei dir geht das doch noch relativ schnell. Wie viel, äh, XP brauchst du für ein Leveln? Steht das? Die eine Million oder nicht? Steht das hier und wo genau? Äh, einfach C drücken. Ah, hier steht's, äh, 1,7. So, das ist dann sofort gemacht. Was müssen wir noch für die Fischenplüche machen? Äh, ah ja, kochen. Gehen wir mal noch kochen. Äh, Das ist dann noch, äh, ja, das kann ich jetzt nicht machen. Kaufgelderisch, äh, verbrauche 360 Lebenskraft, das geht von selbst, täte 100 Gegner, das, äh, ist auch einfach. Was ist nochmal eine Dimensionsbrüche, äh, Dimensionale Prüfung? Äh, musst du's einmal machen? Ja, ich muss das einmal für die Fischenplüche machen. Äh, das ist einfach nur, ne kleine Mission, halt. So ist wie ne Joint Operation. Ah, okay. Mal drei hast du einfach nur, mal drei Loot halt. das schaffst du easy. Ist, äh, das ist einfach, okay. Das ist sehr einfach, ja. Okay. Also selbst für mich sind die One-Shot und ich bin halt auf schwierigster Stufe, also. Wird das für dich bestimmt nicht anders sein? Ich bin halt auf, Und jetzt geht's mal. Wie war das schon? Das war es schon, ja. Oh, okay. Habt du gesagt, das ist sehr einfach? Also, gehst du da einfach nur rein, one shot das alle und gehst wieder raus. So. Also, ich muss Frontier gleich dreimal machen. Kisten wieder. Na, eigentlich alles würde ich einpassen, wie von Anfang. 30 Oberwildgegner töten. Das ist auch einfach. Ich muss auch die Kluft kommen. Und die Säunerskönung. Und Grenzkampf. Grenzhaft können wir alles machen, ja. sind ja alle Weeklys jetzt gerade wieder gesettet Ja, die Weeklys sind wieder alle zu machen Und Wurmloch was noch, hatten wir das gemacht? Nicht, dass ich wüsste Ich hab das auch noch nie gespielt ich hab selber keine Ahnung, was das ist Da kannst du nur so eine Währung freischalten Ja Mein Trainingsort in Form eines Nachbaus der Ruine nach einem Zeitschock errichtet Sondern die erforderlichen Spaltenenergie um den Abschnitt abzuschließen Ups Da hab ich überrascht, dass jedes Mal immer wieder wie groß Asuka ist Das ist so komisch Also die ist einfach größer als mein Charakter Dann komm ich mal zu dir Dann komm ich mal zu dir Ja, wir sind verschiedene Kanäle Ich guck mal ob Maybe Channel 1 oder so nicht besetzt ist Perfekt Wie kann ich die Chatblase ändern? Über den Chat? Ah, da Ich seh jetzt gerade Ich hab dich mal eingeladen Ich hab dich mal angelesst Ich hab dich mal angelesst Was ich aber nicht? Ja ich hab dich mal angelesst Ich hab dich mal angelesst Du hast schon wieder an deinen Charakter gebastelt. Es geht. Ich habe nur die Augen ein bisschen verändert, die Haare habe ich mir ein bisschen heller gemacht. Ich habe nur das Outfit geändert. Irgendwie waren die Haare mir ein bisschen zu blau. Jetzt habe ich die ein bisschen heller gemacht, damit die so ein bisschen silber aussehen. So, was brauchen wir jetzt alles? Was hatte ich gesagt? Wir brauchen... Grenzkampf, meintest du? Haben wir irgendwas zu so Open World machen können? In der offenen Welt können wir den Bus legen. Können wir machen. Welchen? Egal, steht nur in Welt den Bus. Dann lass mal gucken, ob hier, Robert da ist. Das ist der Bus hier nebenan. Ist das diese Hose? Ja, so eine Art wie so eine Blume, richtig. Also jetzt nicht mit einem Genshin, wo du wirklich gegen eine Blume kämpfst, sondern das ist so ein verwandelter. Der kann sich auch so fortbewegen und so. Ist er da? Nein, der ist nicht da. Und ich habe aber auch, ehrlich gesagt, den dümmsten Channel ausgewählt für Bossgegner. Also Werder-Bosse sind meistens immer da, weil die abgefarmt werden. Weil die zumindest, die werden schon abgefarmt, aber die sind halt schon stärker. Als diese Anfänger. Ja. Die meisten High-Leveler gehen einfach schnell hierher, töten den Boss und gehen aber wieder. Stimmt finde. Die armen Low-Leveler, die nicht mal von der Map oder so weg können. Dann guck ich mal, ob dieser Roboter da ist von gestern. Nee, aber die Kiste ist da. Der wurde gerade besiegt. Kannst du viel Loot haben? Äh, ich komme. Also nehme ich auch mit. Da sage ich nicht mehr überfühlen. Also wurde gerade H.D. gerade besiegt. Immer vor das Zehn noch als Aufgabe. Das wäre geil. Mal probieren. Sowieso müssen wir auch die verschlossenen Kisten entweder öffnen. Oh ja, ich habe ja gerade einmal ein Glas, äh, Ruhmaschinen bekommen. Ah. Naja, es zählt nicht. Aber zumindest, äh, zumindest zählt es für die Kiste. Gut. Also ich finde in Domain 9, da findest du wirklich an jeder Ecke eine. So, dann machen wir jetzt weiter nach Bossruhen könnten wir machen, aber ich weiß halt nicht, ob das was wird hier. Ich guck mal nach. Kannst du mal nachgucken, ob diese Lucia da ist? Äh, wo ist die? Das ist bei Chromin, bisschen drunter. Und da ist so eine ganz Spitze und da ist sie. Du musst ein bisschen ran zoomen, dann siehst du sie. Ah, da sehe ich. So, Beck. So, Beck. Ja, bei denen kannst du auch nachgucken. Guck gerade bei diesem Hund da nach, diesem zweiköpfigen Hund von Anfang der Story. Demgegen kann man wie auch kämpfen. nachgucken. Ja, soll ich noch einmal tun? Der müsste hier untergehen. Nö, der ist nicht da. Mal gucken wir mal. Also Lucia da ist, die ist auch nicht da. Die ist auch nicht da. Ja, dann müssen wir noch weiter gehen. Okay. Guck mal, der hat mal den unbeliebtesten, Rudolf. Hat zum Glück einen TP-Point direkt daneben. Wie lange brauchen die eigene Durchziehungen, wenn ich spawnen? Ja. Das weiß ich nicht. Das wurde mir mal gesagt, eine halbe Stunde. Ja, der ist auch leider nicht da. Ich glaube, die werden gerade alle abgefarmt wegen den Aufgaben. Ja, für die Saison vor der Woche. Ja, genau. Weißt du, die kommen jetzt online, was abends ist? Wir gucken mal, ob der nervigste was von Werder da ist. Auch der ist nicht da. Das. Hm. Oh, ich habe aber einen, der gerade einen Boss macht. Oh, komm mal. Ich bin ihn gejoint. Ich lade dich auch ein. Oder kannst du? Kannst du mir weit? Wir gehen auf dem Chat und dann rekrutieren. Da kannst du gucken und dein Boss heißt Bar-Barossa oder so. Im Chat bei Rekrutierung. Beim Chat. Klickst du einfach auf den drauf? Hier. Rekrutieren. Ja. Der heißt Stacy Nick. Und dann auf den Beitreten. Papa Russa. Genau. Ja. Team Beitritt. Ja, der ist hier. Die kämpfen schon gegen ihn. Ja, ich habe gedrückt. Beitreten. Dann direkt zu uns teleportieren. Ich habe es ja gestern erklärt. Ja. Bin unterwegs. Oh. Ich glaube, ich töte ihn gerade zu schnell. Ich halte mich mal zurück. Ich bin im Ladebildschirm. Aber es sind echt viele gerade hier. Ich bin im Ladebildschirm. Ich bin im Ladebildschirm. Selbst wenn ich nichts mache. Er ist schon auf nur noch drei Balken. Kaum. Lad. Drei Balken. Der letzte Balken. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Er ist tot. Ich hoffe, das hat gezählt. Ich habe noch einen Schlag drauf gesetzt, dass ich müsste noch gezählt habe. Es müsste. Das ist gut. Ich bin es gut. Wir haben es gut. Wir bleiben dann noch 20 Tage. 요. Dann haben wir noch 20 Tage. Um als der� gaps zu gehen. Dann gehen wir ständig hin? Es hat gezählt. Ich bin es sehr knapp. Ja, es hat für mich auch gezählt. Es war sehr knapp. So. Dann, was ist das hier? Play Me As Kitchen. Ja, das ist easy. Fünfmal. Ja. Kann man nur dreimal am Tag. Und ich hab heute schon dreimal. Das heißt, das kann ich erstmal verschließen. Fünfmal kochen. Komm, das mach ich jetzt. Das ist easy. Musst du auch noch kochen? Kochen hab ich fertig. Okay. Das war's für heute. Was ist denn das Team? Ich werde dann angerufen. Moment, ich geh kurz zu ihm rüber. Wäre es für dich okay, wenn ich ihn mit einladen würde? Ja, kein Problem, kein Problem. Alright. Ich komm gleich wieder, ich geh nicht schnell eine rauchen. Gut, aufpassen, wir sind dann im neuen Channel. Ja, ich komm dann da vorbei. Perfekt, gut, dann bis gleich. Schuss! Ich komm, ich komm wieder. Ich komm, ich komm wieder. Ich komm, ich komm wieder. Bacca, mir da. Geh, wegkommen. Untertitelung. BR 2018 Schatz, wakkamera. Geh, Bokomi, da. Musik Tsch! Baka, miram! Geh, wakka mir da. Schau! Tch, wacquam ich da. Musik 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 Tch, wakamida Geh, wegkommen. Musik 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 Was ist das? Musik Eh.... Bacca, mir procreuz Musik 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 Geh, wakka mitan Ich weiß nicht, was ich hier ist. Musik Baka, Baka Geh, wakka mir da. Musik 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 Geh, wang kamie da. Musik 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 Geh, wegkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Backe mir da. Ich bin ein dummer. Untertitelung des ZDF, 2020 Wankamira! Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Verkommet. gespielt, muss ich sagen, also ich... Moin! Alles klar! Und, äh, wo ist sie denn jetzt, äh... Lana... ... ist auch... ... war jetzt auch ganz cool... ... vielleicht, äh... ... ein bisschen was, wo ist sie jetzt? Wen suchst du denn, wie heißt sie? Äh, ich verkehle... hier! Meryl? Meryl, genau. Einfach weil sie halt, ähm... ... angeln ist. Weil sie gut was ist? Fürs Angeln. Stimmt, da hast du mir was gesagt. Ich will ja sehr auf Angeln gehen, in dem Spiel. Okay. Du willst Angler werden, ich verstehe. Ja. Bis auf Gold alles kriegen, Angeln würde ich durchlaufen. Aber das ist ne gute Einnahmequelle. Einnahmequelle. An wen verkaufst du denn deine Fische? Ich hab mittlerweile jetzt Crow auf, äh, A4 gezogen, ne? Ja, ich hab in den... ... schwarzen Bannern... ... äh, in den schwarzen Bannern, sag ich... ... in den schwarzen Ziehungen, in den schwarzen Pools, hab ich zweimal Crow in 20 schwarzen Pools bekommen. Also direkt hintereinander. Also ich glaube, ich hatte noch nie so viel Glück in diesen schwarzen Ziehungen. Ich bin noch immer glücklich von gestern. Ja, äh... ... also ihr seid beide gleich lucky, muss man sagen. Was hat er denn noch bekommen? Er hat auch gestern ganz random einfach zwei Charaktere aufbekommen. Ich glaub das war sogar auf Pitti, kann das sein? Ja. Ja. Wen hast du nochmal bekommen? Ich glaub Claudia war's? Äh, Claudia und die... mit dem Hula-Hoop-Reifen, wie hieß... äh, wie heißt sie? Ah, Shiro, Shiro. Hula-Hoop-Reifen. Ich sag immer Fake-Wanderer. Hast du sie schon mal gespielt? Ich hab sie schon gespielt, also auf dem anderen Server. Achso, stimmt. War ja was. Also wenn man in die Luft geht und ihre Attacken spammt, das ist schon so Wanderer-Vibes, oder nicht? Schon, schon. Äh... Aber es ist schon geil, weil auch mit den zusätzlichen Ringen, die dann kommen durch die Fähigkeit. Die um dir drehen. Naja, das ist wie so eine Bayblade-Arena. So. Achso, ich glaub ich mal ein Team mit ein. Okay, ich kann meine Freundesliste nicht sehen. Okay. Warum sehe ich die Freundesliste nicht? Ich kann nur die Crew-Member sehen, aber keine... keine Freundesliste. Oh. Checkst du mal einmal das Bild drüber? Ja, von dem Server natürlich. Von seinem Server. Fantasy Ways. Wer sind du? Hey Moment, mein Headset ist gerade leer. Ich muss kurz ein Ladecar holen, ich bin sofort wieder da. Oh. Okay. 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 Ich glaube, mein Herz ist der Kart nachher falsch gespielt. Komm schon. Ah, Kacke. Ah, Scheiße. Pepper, wer auch sonst, ne? Ich hab sogar ans Herz der Karten geglaubt. Das ist echt eine Frechheit. Ja, was wolltest du fragen? Ich hab noch irgendwas gehört und dann ging mein Headset aus. Genau, ob du dir das Bild von dem Server verschenken kannst. Vielleicht kann ich es auch als Papierrechnung nehmen. Das Bild von dem Server? Ja, vom Pepper, vom Server. Ach so. Wenn ich das noch hab, ja. Warte, ich weiß gar nicht, ob ich es aufs Handy hatte oder auf PC. Wenn ich es aufs PC hatte, dann bist du am Arsch. Weil ich hab mein PC vorhin zurückgesetzt. Ja, weil gestern ging gar nichts mehr bei mir. Ich weiß nicht, was los war. Ich hatte jedes Mal FPS-Jobs des Todes. Bei mir sind irgendwelche Sachen auf 100% gegangen, die keinen Sinn ergeben. Einfach schnell PC zurückgesetzt. Ah, ich hab's sogar auf dem Handy passt. Ich schick's selber mal rüber. Okay. Gute alte Shardy, ne? Dup, dup, dup. Ich hoffe, von Qualität her bleibt das so. Auf Mandy ist nämlich gute Qualität, weil jetzt darf ich sie wieder am Discord suchen. Ey, mein Gott, wer will du mich noch einmal mit C schreibst? Dann vergesse ich mich auch und gib mir die Pupil. Wer hat dich mit C geschrieben? Ja, wer schreibt dich mit C, hä? Oh, ich hab's dir drüber geschickt. Sieht sogar auf dem... Also im Discord sieht's auf jeden Fall schon mal nach guter Qualität aus. Ja, gute Qualität, ja. Ja, okay. Auf dem PC sieht's nicht so krass aus wie auf dem Handy, aber ja, es geht auch. Als Profilbild ist es auf jeden Fall passend, weil da muss es ja nicht so riesig sein. Ja, ja, sollte passen. Das sind doch safe irgendwelche Power of Fantasy-GIFs. Und bitte? Ich hab gerade nach Bildern gesucht mit Power of Fantasy, die äh, also GIFs. So, I understand, I understand. Mit deinem Profil, meinst du? Yay. Ich stell dir einfach selber eins. Das ist ja respektlos. Das würde funktionieren. Zoom mal deinen Charakter ran und, äh, mach'n Dings. Mach'n Clip, mach's dann zum GIF. Hm. Du hast ein Profilbild von deinem eigenen Charakter, guck mal. Hm. Hat nicht jeder? Hab hier geloopt. Ja, stimmt vorhin. Private-K... Äh, stimmt. Was soll ich was für? Das nehme ich erst mal, worüber geht's. So. Äh, Benfor, ich kann mich leider nicht einladen. Hm, wieso? Es wird mir keine Freundesliste mehr angezeigt. Weil mir existieren keine Freunde mehr. Ich kann nur noch meine Crewmitglieder sehen, warum auch immer. Oder kann es vielleicht sein, weil ich gerade in der Mission vom... Event bin. Ich kann keine sehen. Keine Freunde. Ich hab' genug Freunde in der Freundesliste, wo bestimmt mindestens noch einer online ist. Selbst dann würde ich ja auch hier Isana sehen. Aber sehe ich auch nur halt über die Crew. Wenn nicht, können wir auch einfach den machen. Wir treffen uns ingame und dann kann ich dich so einladen. Du musst mir nur mal sagen, wo du bist. Ah, du meinst gerade, du machst Missionen. Willst du jetzt Missionen machen oder was? Ja, ich wollte, äh, die, das Event, äh, die Event-Missionen weitermachen. Achso, na gut, ich dachte, ich dachte, wir machen ja die Event-Missionen zusammen. Das heißt, Grenzkampf und so. Ah, das, äh, das können wir natürlich machen. Äh, ich, äh, hab jetzt das Event gemeint von, äh... Du meinst die Stewie sozusagen. Genau. Achso. Und dann macht er die Mission noch Ende und dann sagt Bescheid, wenn du fertig bist und dann gehen wir rein. Oh, Renz müssen wir auch mal wieder fahren. Ist auch wieder einmal da bei mir. Bei dir auch, Erik? Mhm. Hast du deine Aufgabe resettet? Mhm. Nicht? Dann mach doch. Oder hast du noch nicht alle fertig gehabt? War doch nicht ganz durch. Mir fehlen noch zwei Rennen. Zwei Rennen. Zwei Rennen. Zwei Rennen. Sauerabend fehlt nur noch sechs Stück. Äh, vier Sandzwiebeln. Und der Raid fehlt mir auch noch. Ja, den Raid kannst du vergessen. Wirtschaftler nicht. Da musst du mit anderen spielen. Wir können aber das Rennen auf jeden Fall machen. Sind wir gestern schon gefahren. Was brauch ich denn für die Spezialbelohnung? Diese Maske, ich will die haben. Achso, für Rennen wäre ich jetzt noch dabei, weil ich bin gerade hier vor dem Rennen. Bist du gerade? Ja, ich bin hier vorne. Kannst du mich, kannst du mich vielleicht in deine Gruppe einladen? Äh, ja, versuch das. Wenn, wenn die Freunde angezeigt werden? Ich hoffe mal. Ähm, wieso wird denn die nicht angezeigt? Bei mir auch nicht. Ja, ganz komisch. Ich weiß nicht, dann ist gerade irgendwie ein Serverproblem oder so. Ähm, kann es sein, weil wir vorhin in der anderen Gruppe waren? Komisch. Du könntest halt, du könntest halt maybe die Crew beitreten, aber ich weiß nicht, ob du deine Crew verlassen willst. Oh, ich hab keinen drin, ich hatte die einfach erstellt. Ich hab auch irgendwie keine Freunde. Ich bin auch freundeslos. Wenn du willst, kannst du in unsere Crew reinkommen, dann kann ich dich wenigstens einladen. Da gibt's keinen Cooldown, wenn ich jetzt rausgehe aus meiner Crew. Nichts, dass ich wüsste, ich hab keine Ahnung, ich hab noch nie die Crew gewechselt. Du warte, ich geh mal einmal aus der Crew hier raus. Ähm. Ich kann dir auch nicht mal sagen, wie man rausgeht. Ja, das stell ich mir gerade die Frage. Wie lief ich die Crew? Beziehungsweise, ich bin Crewleiter, das heißt... Ah, ich hab's gefunden, du musst auf Crewmates gehen. Ah, okay, ja. Ah, Crew auflösen, ja. Du kriegst dann sogar extra noch einen netten Rang von mir. Wie Crew verlassen, du hast zwei Stunden Abbringzeit, nachdem du Crew, äh, selbstständig verlassen hast. Was bist du denn in deiner Crew? Ah, ja, ja, ich bin, äh, Kommandant in der Crew. Ja, okay, das hätte ich gesagt, dass ich rausschmeiß, aber so geht's schlecht. Ne. Nein, das ist noch schlimmer, ich muss, äh, weil ich der Kommandant bin und weil keiner drin ist, muss ich sie auflösen. Und das ist eine Cooldown von 71 Stunden, die haben den Arsch ab. Stopp. Ich hatte eine Idee, ich hatte eine Idee, ich kann mich in einen zweiten Account einloggen, dann komm ich in deine Crew rein, dann machst du... Ach, nee, ich bin doch nicht hoch genug, vom Level her. Scheiße. Ah, ich hab jetzt mal den Countdown laufen, lassen wir das mal. Dann so am Mittwoch, dann kann ich beidrehen. Okay, perfekt. Dann bis Mittwoch, ne? Beim Sohn nimmt es sogar fast Donnerstag. Warte, ich denke, es lag daran, dass wir vielleicht in der, äh, vorhin, äh, in der anderen Gruppe, weil ich geh einmal raus aus dem Spiel und geh wieder rein, mal schauen, ob es dann wieder funktioniert. Naja, das geht ja bei niemandem gerade, das ist gerade ein Serverproblem anscheinend. Warte, 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 ich hab eine Idee, kann ich, äh, kann ich rekrutieren? Also bevor du rausgehst, warte kurz. Äh, ich bin schon raus. Ah, scheiße. Ich kann nämlich rekrutieren, ich kann das in, äh, ja, ich kann rekrutieren, darüber könntest du halt beitreten. Geht ja auch noch. Juri, kommst du rein? Da brauchen wir aber noch einen für das Rennen. Ich kann dich nicht erinnern, du bist schon in dem Team, du müsstest mal den Team auflösen. Jo, hab ich. So. Ich muss mich nicht hochleveln. Ja, zack, ich hab nicht. Ich bin, ich bin voll laut hier. So, was ist jetzt voll laut? Bin ich laut? Hm, nee. Streamst du gerade, oder wie? Nee, nee, ich streame nicht. Aber Bebo streamt. Ja, ich streame. Warte, ich schicke dir den Link von seinem... ...und sein Twitch. Ich hoffe, es ist wirklich gut. Dann geb er, ich schicke dir den Link von meinem Mann. auf falsch im kanal seid ihr 9 2 ich komme zu dir und wir kommen zu dir ok ist niedriger das bestimmt ein bisschen mehr los guck mal ob du bei team beitreten ob du da unser unser team siehst wir sind im free target modus warte ich mach mal in den rekrutierung channel mach ich einfach rein ich nenne einfach den archibabu ah da hab ich dich perfekt gut macht dich mal anführer und dann teleportieren wir uns zu dir ja ich mache es am besten auch da brauchen wir aber noch ein ok bebo jetzt erst ein vorteil wenn du mir doch noch mal ausgibst dann hole ich noch mal einen rein mach ich so direkt du bist schon da perfekt das brauchen wir noch ein da haben wir es doch perfekt der wird uns so hassen dass ich jetzt ein renn starte nebenbei gesagt ja klar ich hatte gestern schon einen der hat mich so gehasst ich glaube der wollte mich die ganze neuer wegramm wo ist das outfit hören das outfit was ich habe ja ja gekauft fähig gilt ja ach der ist nicht mehr zu helfen warum wenn du das für wenn wenn du dein geld wenigstens für ziehungen ausgeben würdest dann hätte ich ja verständnis aber ja aber bei ziehungen hat man nicht garantiert bei outfits hat man garantiert dass man es bekommt ja aber jetzt mal ernst du kaufst dir gefühlt jede woche ein neues outfit so viel geld hätte ich auch gern was geht los ich habe nicht mal gelesen was wir gerade starten das kann sein wird wieder lustig dass hier was ist eigentlich für akzent mal so wird akzent bei beppo ist das österreichisch oder was sonst weder noch ich bin ja nicht zuordnen ich bin luxemburger ich bin luxemburger warum zieht die mir denn so nach volles in frischheit einfach besser Ey, ich geh mal nach hinten mit dir. Ja, wie gesehen ist. Scheiße, ich hab Küsse genommen. An die Scheiße hab ich mich mittlerweile gerücken seit gestern. Juhu. Er wird sinken gehen. Ab mit dir. Ey, dieses Wackeln hier, wenn man hochfährt, was ist das? Das ist übel schlimm. Ey, der wirkt mir schon vom Zusehen schwindelig, Mann. Okay. 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 Ey, das ist grad nicht so ernst. Das war's. Das war's. Ich kann nicht mal lenken. Oh. Das ist wie, als würde der Input laggen. So, geht aus und dann geht's wieder an. Raus wieder an. Das ist scheiße. 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 Was ist das für mich? Fertig, so schön. Ja, ach, war nun bei uns. Oh, das ist gut. Okay. Wollen wir noch ein Rennen fahren? Jo. Arbeit. Wollt ich nun heute schon anbauen? Gestern. Gestern. Ist ja bis jetzt nun eigentlich schon. Keine Ahnung, 70 oder so, nur ein bisschen rüber. Ah, Kacke. Ja, 73. Wir haben gestern 50% Artifactica Island gefarmt. Oh, das ist gut. Ja, ich werde jetzt auch noch mal Ebene 9, glaube ich, durchmachen. Heute und morgen. Also, nothing grinded. Und vielleicht werde ich noch mal die ganzen restlichen, äh, KJ-Unterstützer als Collectibles verschalten. Ich glaube mal, das lassen wir nur... ...XP. Wenn du willst, können wir Domein 9 zusammen machen, der ist dabei. Okay, gut. Aber es ist halt nervig, da wir halt noch nicht alles einfahren können. Wenn man echt kann. Und hast du alle Statuen aufmächst, oder was? Ne, Weltmeister. Okay. Immer alles auf, was an der Nähe rumsteht. Domain 9 ist auch gefühlt, das ist das schönste, was es gibt. Also, glaube ich, am liebsten. Ich habe leider noch nicht so viel Seiten Domain 9 verbracht. Ich muss da echt mal öfters hin. Ja. Also, als ich zuletzt da war, genau. Als wir zugeschaltet sind und zuletzt da war, wegen dem Aura-Wolf. Ja. Ne, danach waren wir auch noch mal da, wo ich die Map freigeschaltet habe. Stimmt, das war es aber auch. Ja. Und da haben wir nicht wirklich viel eingesammelt, zumindest gar nichts. So, ich schreibe natürlich wieder hin, wir brauchen Hilfe. Jetzt kommt wieder irgendein Armer Random rein, der denkt, wir machen jetzt keine Ahnung was Boss oder so. Irgendwas Spannendes. Aber einmal sind wir im Rennen drin. So schnell kann es gehen. Guck mal, da haben wir doch sogar einen Level 100. Der wird uns davon bringen. Egal, rein da. Der freut sich schon richtig. Oh my god! Auf geht's zum Rennen! Just do it! Make your dreams come true! Ja. Tastatur. Geil. Hehehe. Du weißt einfach stehen. Dachtest du sie einfach mal nicht Gas zu geben? Ich weiß grad nicht, was das ist hier gern. Ja dann, Jay, ich übersagen, wann sitzt ich wieder, wenn ich nicht überrundet habe. Ich kann es auch nur, wenn meine Tastatur nicht funktioniert. Du hast recht. Du hast recht. Das ist nur Surrey. Natürlich möchte ich die ganzen Rückspiegel sehen. Long, Liebchen. Wie gesagt, dann können wir Hückspiegel nach vorne blicken. Ne, ne, schon nach hinten. Alles gut. Ich bin schon wieder komplett abhängig. Ich kann gar nicht mehr fahren. Schwerste. Ey, ich fick das doch gerade ohne Witz. Was ist das jetzt? Mach das jetzt die Faxen. Hast du den Betrifft, ob das jetzt her? Wireless, ja. Möge ich mal die Batterien wechseln. Ich hab keine Batterien. Dann vielleicht mal laden? Ja, kann sein. Kann aber auch vielleicht mehr wieder drin liegen, dass echt viele USB-Sachen dran angeschlossen sind. Aber meine Maus funktioniert alles. Ganz komisch. Hm. Ja. Er ist hier eingeblieben. Ja, ich bin hier eingeblieben. Wie? Wie hast du das hinbekommen? Ich habe die Handbremse gezogen und er... ...anstelle, dass die Ecke mich in die Kurve gedrückt hat, hat sie mich aus die Kurve gedrückt. Und dann gehen wir auch die Kurve gedrückt! Soll ich das hinbekommen? Soll ich die Schrauben nicht auf den Knoten. Soll sie mich hier nicht verweilen? Soll es sich sofort wiederum zu füllen? Soll ich es jetzt nicht. Soll es dich für mich nicht in die Kurve gedrückt hat? Soll es dich gut? Soll es dich? Soll es dich nach dir nicht auf die Kurve? Soll es dich nicht in die Kurve gedrückt haben? Soll es dich nicht mehr? Das war's für heute. Nein! 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 Ich hab's zwar noch gut aufgeholt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, dann müsste die 1,60, 1,70 Steigung sein. Also ich könnte meinen Charakter auch größer machen für 100 Dark Crystals. Warum bist du so klein Erik? Erik, du bist ja doch kleiner. Ja. Du siehst aus wie so, keine Ahnung. Kleiner Lolli-Charakter. Ja. Erik, der steht auf Lollis. Dafür peitscht der Lolli euch aus, wenn ihr böse werdet. Ich kann hier auch auspeichen, was ist das jetzt? Ich geb Schläge mit breiten Armen. Ich kämpfe in seinen Armen gegen dich, Erik. Nimm an. Das war eine Frechheit. Das war's für heute. Das war's für heute. Einmal! Guck! 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 Also Erik, hast du grade wirklich verloren? Letzt mich grad verarschen, Erik. Erik! Wie du hast verloren! Erik, geht's dir gut, Erik! Wie du hast verloren! Da ist 10.000 Punkte unter dir! Jetzt muss ich kurz... Jetzt muss ich kurz in den Alarm rein... Jetzt muss ich kurz in den Alarm reinwaschen. Nee, nee, brauche ich selber anfangen auf den Flügel. Kommt gut, ich muss kurz runshotten. Ah, gut. Ich regle das nicht immer so. Nee, warte. Du sollst gegen mich annehmen! Arschungs. Bock, runshotet zu werden. Du hast nicht runshotet. Du bist stark genug. Glaub ich doch. Du bist ja 10.000 Punkte stärker als er. Also diese Arme sind so overpowered im PvP, holy shit. Ich sehe auch, dass ich gar nicht mehr viel gekriegt habe. Ich kann mir immer noch so machen, diese Fälle. Ich kann mir gar nicht mehr so machen. Du bist ja 10.000 Punkte stärker als er. Ja, das ich schon mal untersetzen kann. Ja, aber da hat nur PvP-Werfen drin ist. Meinst du, da hat nur PvP-Werfen uns auch nur PvP-Werfen ausgelegt? Ja, das kann ich mal somit nicht bei dem PvP abbrechen, weil... ...die ist nicht so stark, dass es das lohnt, so lange zu warten. In der Zeit hätte der Gegner dich die ganze Zeit. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. Wer hat jetzt gewonnen? Ja, wieder. Ich muss kurz die Kleidung bestellen. Wo ist es jetzt? Ich denke, du beschmutzt mich gerade. Ja, nein, nein. Wie kann ich die Animation aufschalten nochmal? Einfach Leertaste drücken. Wie, äh, Leer? Wie? Leertaste. Ah, Leertaste. Ah, im Kampf selbst. Das heißt, wenn die Animation kommt, einfach Leertaste. Genau. Okay. Okay. Das bricht dann instant ab und du kannst instant durch die Luft, am besten... Wenn du die Leertaste drückst mit Ahsuka, einfach gedrückt halt, dann machst du nämlich einen starken Angriff. Und dann haust du ein paar Mal drauf und dann machst du sogar mehr Damage als wenn du wartest, so weißt du das mal mit der Animation. Ja, ja. So, jetzt ist... Jetzt wird ein bisschen weg, besser das Deck drin. Obwohl die Stecke hoch genug, ja, dürfte passen. Das ist 7000 Punkte noch zu stark, Digga. Mach mal ein bisschen Wurstung weg. Und dann spielst du noch Plotty. Und dann spielst du noch Plotty. Aua. Das ist ja wie, als würde ich gegen dich kämpfen. Und ohne meine Hüsten wegzupacken. Und ohne meine Hüsten wegzupacken. So, 7 Punkte weniger. 7 Punkte, ja. Ja, 7. Draußen. Das meine ich doch 7 Punkte. Aber warte, lass doch, lass mal in eine Arena gehen. Das ist viel besser. Bisschen übersichtlicher als hier. Nein, ich wollte gleich immer kurz weg. Deswegen ist es einfach gut zu sagen. Würde ich sagen, fix der kann. Ich muss mich einmal kurz noch weg und dann werde ich noch machen. Bist du weg? Ich weiß nicht, ich bin schon wieder weg. Wie bitte? Ich weiß nicht, ich bin schon wieder weg. 30? So. Okay. Ich hoffe, das habe ich gewonnen, oder? Gut drauf geachtet. Na gut, okay. Äh, wie? Hab die Strutz eben gewonnen, jetzt? Ja, bei mir steht es. Erst gewonnen. Keine Ahnung, habe ich drauf geachtet. Gut, wo sind sie eben weg? Bis gleich. Komm, Möwe, dann machen wir ein bisschen. Juh. Das ist so. Passt mich natürlich an der an. Weil sonst... Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ja. Was ist hier los? Nehmen wir mal die Kombi. Was steht da mitten in der Arena? Das ist doch die Arena von King. Jetzt bin ich ready. Ich kann mich nur ein bisschen wegnehmen. Ich kann mich nur ein bisschen wegnehmen. Die Kompi ist viel zu starker, was soll man eigentlich machen, Alter? Komm nochmal. Hä? Hat es nicht funktioniert? Jetzt. 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 υχ? Jetzt. Wh ordered- Hier, der ist auch sehr stark. Also wenn. Wenn du da halt kämpfst, aber den nicht benutzt, dann lässt der so Regen schon mehr hinter und dann wenn du dann zu der waffe wechselt dann tp ist für dich gefühlt durch alle regen schirme durch und aus übel viele so feuerfontaine raus in der art wenn die alle nahe aneinander platziert sind und du mitten in der mitte bist du von jedem hit bekommst dann ist das echt viel damage nutzen wir mal siegswaffe die hat ein komplett anderes muss man auch muss das mal ansehen wie schnell man aber auch ist danach kriegt man nämlich einen kurzen wust ja macht er denn jedes mal verstehe ich schnellste schnell flamm ich glaube weil wir ein bisschen zu weit auseinander gehen danach ich habe das nicht gerade gemacht keine ahnung wie aber ich weiß gar nicht was ich gemacht habe den sieg ich habe irgendwie gar nicht gecheckt ich habe irgendwie also ich muss mir jetzt noch mal angucken der vorne noch was anderes gemacht ich bin jetzt die ganze kurs beim was ist das denn er kommt jedes mal so ein schwarzes ding sie ist ja sondern wie so ein schlag es kann nicht so lange machen bis die und wieder aufgeladen ist das ist ja crazy ich kann das die ganze zeit machen bis die ultern wieder aufgeladen sind das muss man ausprobieren wir sind schon wieder zweit auseinander das eigentlich auch auch es Ich habe zu viele Charaktere, ich weiß nicht, wen ich nutzen sollte. Ich probiere aber mal ganz verrückt das aus. Ich probiere aber mal die aus. Also ich habe keine Ahnung wie man damit kämpft, hä? Er ist freilich an, ich fliege nur! Aber wie ist das? Jetzt bin ich da. Jetzt fliege ich wieder. Oh mein Gott. Ne, das ist nicht ganz gefährlich. Also irgendwie erinnert mich das jedes Mal, dass du in meine Ultronen rennst, wenn ich die aktiviere. Das ist so eine Ult, die hittet nur, wenn du in der Nähe bist. Sonst ist es am Anfang. Der Nächste ist dann so im Midrange. Jetzt wird Wanderer benutzt. Das sind ganz genau so wie Wanderer kämpft. Das ist so crazy. Ja, bleibt schon in der Ultronen. Genau so. Ah! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, geht der mal weit. Warum hab ich jetzt einen Stern hier bei mir? Das war's hier. Hm. Nehmen wir jetzt die Anfangswaffe. Wie? Die Anfangswaffe. Die Anfangswaffe. Die Anfangswaffe? Ja. Ich bin jetzt alle weg. Jetzt nehme ich noch den Frostbär mit. Und dann nehme ich noch den Anfangswaffen mit. Alles drei blaue Waffen. Alles null gelevelt. Das ist ein Wunder, dass die überhaupt verölt haben. Das ist ein Wunder, dass die überhaupt verölt haben. Das ist ein Wunder. Okay, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Gut. Ich glaub, jetzt wird's lustig. Was ist das? Oh mein Damage an, was ist das? Ich bin mit einem Gechenge Das ist ein mit Gechenge Das ist ja gar kein Damage mit den Waffen. Das ist ja mal dein größter Scheiß. Wir hätten es aber trotzdem noch lustig. Jo. Jetzt kommt das. Bist du ready dafür? Jo. Ich bin aber auch viel zu stark. Pardon. So ist mein Dieping-Set gerade aktuell im Kampf her. Da mache ich nichts gegen die ULT. Das ist ja aber auch lustig. Mal gucken. Mit voller Kraft. Asuka ULT. Wie stark die ist. Jetzt bist du tot. Aber hat meine ULT nicht getroffen? Ich habe es gerade gar nicht verstanden. Hat sie dich getroffen, oder? Ich war so schnell tot. Ich meine beim ersten Mal, warte. Ich habe jetzt nochmal. Ah, ja. Okay, der Schaden kommt erst zu spät. Dann kommt der Schaden erst zu spät. Keine Ahnung. Egal, dann lass mal deine Aufgaben weitermachen. Ja. Wir haben noch die... Grenzkampf, äh, Kluft und Vergessenes sind eine Täuschung. Äh, das sind alles Sachen, da würde ich lieber warten, bis der andere noch da ist, damit wir uns alles zusammen machen können. Jo. Er meint, der ist halb wieder da in 14 Minuten. Haben wir noch irgendwas, was wir so lange machen könnten? Ähm, was ist denn ein Schicksalsbruch? Keine Ahnung. Ich habe mein Game auf Englisch. Das ist ein bisschen schwierig. Schicksalsbruch. Kann man kurz gucken, was sich so ähnlich anhört? Äh, siehst du mal, was jetzt... Äh, ah ne, mein Stream ist ja richtig hinter drin. Schicksalsbruch, hm. Kannst du im Solo oder im Team machen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das Rank? Weil da steht Bronze. Ach, das ist das. Break von Destiny. Das ist ein Battle Royale. Dann gehen wir da mal eine Runde rein. Aber warte, ich muss mal abbrechen. Sonst haben wir AFK-Erik hier drin. Was ist da noch von der Freundesiste gelöscht? Ich weiß nicht, warum das manchmal so schnell gehen kann. Wieso soll ich das jetzt verstehen mit dem Battle Royale? Das heißt, wir spielen alle mit unseren Charakteren gegeneinander, oder wie? Das ist ein Battle Royale. Das ist... Äh, wir sind jetzt ein Team gegen andere Teams. Und das letzte Team, was überlebt, ist halt der Gewinner. Klassischer Battle Royale halt. Okay. Wir können Ausrüstungen sammeln, Waffen sammeln und was weiß ich alles. Ich finde den Battle Royale aber ziemlich scheiße, weil ich keine Ahnung habe, wie der funktioniert. Also ich denke, wir werden höchstwahrscheinlich auseinandergenommen. Naja, egal, man kann es ja versuchen. Muss man Gott sei Dank nur einmal machen, für die flischen Tische. Also es gibt wirklich schon Leute, die das aktiv spielen, den Battle Royale. Also gegen die Leute willst du nicht kämpfen. Die haben keine Ahnung, die wissen Insta, wo man guten Loot findet und sonst was. Scheiße auf die Story, ich spiele Battle Royale. Also ehrlich gesagt, wusste ich glaube, bis, glaube, Level 80 oder so, nicht mal, dass es ein Battle Royale existiert. Ich habe den nie angeschaut. Nehmen bei gesagt, du brauchst mal echt einen Mentor, maybe, ne? Ein Mentor. Dann kriegst du nämlich nochmal 10 Gratis-Zielen. Wir vom Kriegigen Mentor her. Du brauchst ein, der hohes Level ist und dich aufnehmen würde. Okay. Ich würde es ja machen, aber ich habe leider schon voll. Ich hätte halt einen AfKar, den ich rausreißen könnte. Aber das würde 72 Stunden dauern. Ich glaube, da lohnt sich das, schnell irgendein Random anzunehmen für die Pools. Also ehrlich gesagt, kannst du das bei Rekrutierungen sogar sehen. Muss mal gucken. Manchmal suchen da Leute nach... Ah, nee, Worlds? Ich glaube, das war Worlds und der Mentorship, genau. Da gibt es Leute. Akari Senpai sucht gerade einen. Da musst du oben Mentorschaft anklicken. Kann klicken. Ah, da. Ich nehme da einfach... Maybe kannst du sogar Isanas leerlegt werden. Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Ich weiß es nicht, ob das mit dem Battle Royale was wird. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt Leute spielen. Das ist sehr ermutigend. Ich bin mal ganz kurz weg. Vielleicht haben wir ja bis dahin eine Runde. Jo. Bis gleich. 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 Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber am besten wäre es natürlich immer, dass du Mentore nimmst, mit denen du auch häufig spielst, ne? Ja. Weil die können dir dann zum Beispiel auch Geschenke senden und dir Rüstungen, Goldrüstungen schicken und sonst was. Okay. Ist zwar schon cool, diese Funktion, in die ich sie ins Spiel reingesetzt habe. Ja, aber ein Random wird dir das wahrscheinlich nicht schenken. Ich glaube, der würde eher mehr dich ausnutzen als Lehrling. Hast immer noch Pools, sehe ich gerade. Ja. Die drei Stück. Du musst sie mir echt verwenden. Obwohl, ja, ich habe jetzt genug für einen 10er Pool zu machen. Dann versuchen wir unser Glück. Macht als erstes die anderen, also die einzelnen. Ja, die einzelnen. Aber wird das nicht zusammengerechnet, wenn ich da ein 10er nehme, dass der mit dabei gerechnet wird? Das wird alles zusammengerechnet, ja. Doch, dann, äh, dann funktioniert das. Warte, dann gehe ich jetzt mal, äh... Äh, das war... Äh, das musst du ja nur... Ja, für sie... Also, ja, für die hast du zweimal, und bei ihr nur hast du einmal. Ja, dann versuchen wir mal bei ihr... Einmal, äh, ne, zweimal, genau. Bei ihr zweimal. Ja, steht hier auch nochmal. Also, nicht die 10erziehung am besten machen, ne? Ah, ja, weil ich die anderen behalten möchte für... Dings. Für den Charakter, den du ja richtig ziehen willst, ja. Ja, äh, warte, dann machen wir die... Ähm, oh, Quatsch. Genau, zweimal einzelne Kerne. Und danach einmal noch bei Janu. Und dann bist du schon mal drei Peti weiter oben. Dann kannst du dir einen Charakter rausholen, den du gerne haben willst. Also, okay, natürlich immer einen, der das gleiche Element hat wie du. Also, wie der Main-Charakter. Ja. Aber es muss natürlich auch einer sein, der dir gefällt, dann, ne? Ja, aber welches Element hat er geht durch unser Stand? Er hat Charakter. Er hat gar keinen. Er hat gar keine Waffe, ja. So, äh, und dann die... Das andere war... Ne, sein Element ist, dass er alle Elemente anlegen kann. Aber Janu, das ist das Vorletzte. Ja, ich sehe. Ich glaube, ich spiele es ja Asuka am liebsten. Mit den Armen zusammen. Ja. Ich wollte eigentlich noch einen, der halt auch das gleiche Element hat. Aber er würde halt Flotium im Fall kommen. Ähm, Sieg. Und Robilia, glaube ich, sogar noch. Ah, ne, Robilia, ne, nevermind, die ist, äh, Elektro gewesen. Ja, Plotty ist sie, äh... Also, Plotty ist übertrieben stark. Das ist die, mit der vorhin Erik gespielt hat, die einfach von der Luft ausschießen kann. Äh, Gnono. Also, also, der erste Banner, der zweite Banner, sind alles, äh, physische. Aber das muss selber noch mal kurz gucken, wen haben wir denn noch? Dann haben wir noch Jan Miao. Äh. An sich wird ein Feuer, also eine Feuerwaffe auch gehen, oder? Was sind die Arme? Ne, die Arme sind purer Dings, ne? Ja, Tessin, physisch. Puh, physisch. Ja. Dann... Und Kingswaffe ist ja Feuer. Ja. Wie gesagt, Plotty war eine gute Wahl. In dem Spiel ist es halt meistens so, dass die neuesten Charaktere immer die besten sind und Plotty ist, äh, war, 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 vor zwei Bannern erst drin, ne? Ja. Also, sie ist noch relativ neun, deswegen... Ja, das weiß ich, ich hatte damals das Video gepostet. Bei meines Höhle Schilds. Weil ich fand, ähm, die Präsentation richtig cool von ihr. Sieg ist halt auch noch gut, ne? Just do it! Also Ming Jing, oder wie er jetzt heißt. Aber ich würde dir eher mehr Plotty da empfehlen. Weil sie halt neuerer ist. Ja. Aber wenn dir natürlich Sieg mehr gefällt, dann nimm natürlich Sieg. Ja, beide sind physisch Feuer. Ja, naja, genau. Moin Erik. Da können wir gleich die Aufgabe machen. Perfekt. Er, äh, sucht noch keinen raus, den er ziehen soll. Da er auch physisch spielt, das habe ich halt gesagt, Plotty oder Sieg oder so. Äh, Plotty. So, denn... Wie viel wird jetzt gezogen? Äh... Ich bin ja erst auf 33. Na egal, kannst du ja trotzdem ne 10er Erziehung machen. Vielleicht kriegst du ihn ja, Erli. Okay, versuchen wir mal. Plotty. Erik hat das Glück gehabt bei Plotty. Der hat die auch Erli bekommen, direkt bei der ersten 10er Erziehung. Ich hab on stream so geschrieben. Ich hab sogar das Gefühl, dass ich nicht mehr davon... Ja, er war so laut, dass es keine Schwester kommt noch, Rant. Ich weiß nicht, wie du mir das gesagt hast. Äh, ich hab mich nicht mehr vor, ob ich behindert bin. Ah, scheiße. Nein, kein Glück. Äh, aber Hauptsache ne Pepper. Die sieht man ja nicht allzu oft. Aber guck mal, du hast ja jetzt oben hier 15 von den... Äh, Flammengold. Ja. Wenn du 120 hast, kannst du dir den Charakter einfach holen. Genau, das weiß ich. Wie viele Dark-Kristals hast du, Dunkelkristalle? Äh, Dunkelkristalle hab ich noch 3215 und von den anderen 3580. Benutzt doch, du hast 3000, das sind 20 Ziehungen. Ja, ich wollte die für Rem halten. Äh, Rem, äh, für... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Scheiße. 3, meinst du, Ray. 3, meinst du, Ray. 3, meinst du, Ray, ja, ja, okay, das ist schwierig, ja. Dafür, ich behalte sie noch. Äh, wenn ich Ray ziemlich früh ziehe, wird der Rest für sie drauf gehen. Na gut, dann war das ja gerade auch ein bisschen doof mit den 10er-Puls, ja. Ist nicht schlimm, weil nämlich sowieso, äh, ich finde, äh, ich finde ja noch genug Dunkelkristalle jetzt noch, äh, mit den Storys und alles. Äh, hier, das ist bei Gorn vergessen, ohne wie das heißt. Das ist richtig OP, was Dark-Kristals angeht. Also ich hab, ich hab da mal einmal durchgefarmt und war dann am Ende mit über 3000 Kristallen raus. Unter, unter einer Stunde sogar. Aber das krieg ich halt nur einmalig, ne? Ja. Na gut, dann machen wir die Aufgaben, ne? Was brauchen wir jetzt alles? Grenzkampf habe ich rausgehauen. Grenzkampf, ja. Erik, du hast bestimmt auch noch Versuche, also Rainer. Ich mach diesmal auf Hard. Und ich lass bloß nicht vergessen. Ja, diesmal bin ich, äh, höher gelavellt. Dragon Boy? Dragon Boy? Warum ist Dragon Boy drinne? Jetzt hab ich geah, äh, wann ist er drinne? Hab ich was verpasst? Was? Dragon Boy, mein Süßer. Jawohl. Hä? Ist der, wann ist Dragon Boy drinne? Keine Ahnung. Egal, dann let's go. Moin. Nein, jetzt hab ich, nein, nicht an dem. Das war zu low. Wenn wir natürlich in, in Hard reingehen, ne? No. Nein, ich hab's. Hm. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Äh. Oh nein, ich habe meine Waffen nicht richtig gemacht. Hast du noch die blauen drin? Ne, das zum Glück nicht. Ich habe aber irgendeine Kombi drin, die gar nicht gut kommt. Keine Bonis sehe ich gerade, gell? Na egal. Keine Bonis sehe ich gerade. Komm, Muscle. Ich kann diese Arme nicht mehr sehen. Die sind so ok. Die nerven mich. Die nerven mich so lange, bis ich sie hab. Hast du die Arme noch nicht? Nope. Standardbanner. Die kann man nicht so einfach ziehen. Da kannst du dir leider keine aussuchen. Zumindest schon, wenn man dieses 5 Euro Paket nicht geholt hat. Hast du mir das eigentlich geholt? Nö. Was ist für ein 5 Euro Paket? Es gibt ein 5 Euro Paket, da kannst du dir einklackst. Ok. Also ich find das ist das einzige, das wirklich richtig lohnt. Das muss ich mir später anschauen. Den Charakter holen, den du dir selbst dann aussuchen kannst. Das ist gut. Ich hab irgendwie schon eine Misses bekommen. Was? Wie? Ich bin gestorben. Ja, ich bin auch grad getötet. Ich bin es so einfach... Ich lebe wieder. Ich schau einfach mal weg. Binsel! Binsel Action! Ich habe mich genervt, dass man damit nicht fliegen kann, wie bei Harry Potter. Was? Das war es schon. Das war es schon. Dann sind wir fertig. Wir sehen uns schon wieder. Sie haben schon völlig kluggeräusche. Bis zum nächsten Mal, es ist Franzi Rettung! Wir 그래요! Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin ziemlich glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Oh, das haben wir dann auch. Ja, danach ist noch Kluft und vergessene Sinnenttäuschung. Kluft und Sinnenttäuschung. Let's go. Kluft und Sinnenttäuschung. Kluft und Sinnenttäuschung. Oh, eine Stütze? Ja, noch eine Stütze hat er irgendwie gemeint. Das ist perfekt. Machen wir noch einen. Wie ist denn die letzte Exe? Ach, sie ist befunden. Und das? Ja. 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 Ich hatte leider kein Glück, hab nur Scheiße bekommen. Ja. 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 rausziehen man kann jetzt mittlerweile sogar fände herausziehen ich hätte so gern fände macht bevor du ziehst macht die zehn ziehungen weil man weiß nicht nicht dass du auf einmal den charakter ziehst ich sag nur eric ne eric er holt das im euro paket und zieht danach einfach den charakter so ich hab gemacht dann mache ich den pool zuerst nicht spoilern nicht spoilern da sieht schwierig aus bis dahin von pitti warum muss nichts heißen ne leider schade wollen wir mal schauen welche waffen gibt es denn da drin jetzt in dem paket mag lieber langsam lass mich mit rüber gucken ich will mich auch reingucken was es also gibt also ne das ist fit kannst du auch benutzen für kampfausrüstung ja dann gucken wir mal benutzen ah hier sehe ich es hier könntest du die arme ziehen ja ja ich sehe es du könntest die peitsche vielleicht nehmen die ist sehr gut die peitsche die hier die ist zum beispiel genau auf deinem element angepasst und kann sogar heilen nebenbei gesagt aber sonst ja ich empfehle nur die peitsche aber wenn du die nicht willst dann such dir einen charakter aus den du haben möchtest also ich höre auch immer dass anna bella sehr gut sein soll hab sie noch nicht selber gespielt anna bella welche ist die was ist diese maid die maid die so ne ähm so ne sniper hat ich guck mal die fähigkeiten was steht hier denn so schön äh physische resonanz erhöht den physischen angriff um fünf prozent und den physischen widerstand um 25 prozent für durch ausrüstung von zwei oder mehr physische die beste frage aber eric der kennt sich mit der vorausseite nämlich auch womit die peitsche mit der peitsche ja was mit der peitsche was ist mit dem es ist äh möbius mhm was für beim schützchen weil ich kann ja ne waffe jetzt fehlen mhm was ist mit dem es ist möbius tschuldigung was für beim schützchen was kannst du mir über ihre eigenschaften sagen nun von ihrem spielstil ähm warum zeigst du die nicht einfach in einem kampf möbius ist halt relativ ähm also möbius ist ein bisschen anders als die anderen waffen du hast halt unterschiedlichste ähm ja warte ich kann es ja eben zeigen ja da warte ich kann ja schon mal raus ähm hier hier wo bist du du bist ja ganz schnell bei uns ja ich ruf ihn mal na im pvp-kampf ist die ähm gibt sie einen oder einen waffel sonst ist die waffel zu overpowered ich muss das an dem bus zeigen hier ist halt hier ist halt klar die Sache pvp echt extrem gut aber mit stellen ich sehe das nochmal über bosnisch ja tausend oder was sagen äh stream muss man sein stream reingehen ah in sein stream okay tschulde äh dann schon viermal ja bin drin was ist nicht da okay Impf im anderen kanal kanal zwei wirst nicht viel finden das sind viele spieler die ersten zehn kanäle sind meistens immer voll also da findest du nie besser eigentlich 30 insgesamt heute ist ja schon neben ihr server heute ja auf die uhr oder so und so nicht ehrlich er hat die patsche halt guten flächenschaden cool wenn es war auch nicht sagen warum ich hätte schlecht er muss dass wir in der Mitte nehmen müssen. Äh, hier. Probieren wir mal hier rein. Ja, zur Nutzung wir einfach gleich eine größere Masse raus. Das geht auch. Was war, glaube ich, maybe mehr Sinn. Egal. Warte mal. Er ist nicht hängen geblieben? Warte mal. Ach nein, er hat mich gesprungen, ich Idiot. Egal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist geil. Du kannst auch Herzpeak nehmen. Das macht mehr Damage. muss halt die hat man cool da und aber lädt sich noch mal separat auf für so schaden dafür so spiel es kommt das ganz gut lädt es halt am schnellsten wieder auf naja er spielt ja viel so deswegen habe ich ja auch ein pfeil schon kommen genau dann gibt es da muss halt nichts probieren es gibt nicht nur die herz die kopie kärz und auch herz piek die ist noch mal ein bisschen anders die heizt sich auch glaube ich noch nebenbei aber macht auch deutlich mehr damage aber halt nicht nochmal dass die gegenseppe auch scheiße alles gut das kriegt ja noch nicht hin warte du bist am arsch ich muss sagen es ist eine echte super vorstellung danke ja dann hast du halt auch noch komplett herz das halte ich komplett hoch also da gibt es viele möglichkeiten was kombos angeht und du machst halt kannst du dir das noch ein bisschen durchlesen extrem viel schaden wenn du es mit den ehren machst und hier macht auch viel schaden also ich denke die patch ist eine gute ergänzung zu meiner kombo zumal da ich schon gute kombo habe punkto was verteidigung mit schildern geht heilung noch habe ich ja auch von den handschuhen her was interessant ist ist als auch das mit dem zusammenziehen weil auch mit den handschuhen habe ich schild fleischendamage genauso wie ausokas spär hat auch fleischendamage ich denke für eine gute ergänzung die patsche ich finde die patsche definitiv besser wie jetzt kings warfare bei mir zu haben die waffe hat irgendwie gefühlt richtig viel aufmerksamkeit bekommen wirklich sehr sehr viel machen kannst du wirklich alles einstellen wie du willst außer ich denke ich bin überzeugt jetzt ja deswegen so jason meinte die waffe ist voll arsch ja ich habe die gehabt am anfang ich habe eins geändert und da war die so ich habe gar nichts gecheckt wusste nichts mit diesen karten und so dass man die benutzen muss und so dann habe ich lieber gezogen dann habe ich mich mal ein bisschen durchgelesen und weißt du auch die ist ja gar nicht so scheiße man muss nur wissen wie man damit umgeht das ist so wie das ist schon fast so ein charakter wie twisted fate bei league of legend ja dann hast du ja dann ist es ja nicht so schlimm dass du plotty nicht bekommen hast dann hast du ja schon mal nächsten charakter für ein vollen team ja dann könntest du dann vielleicht auch nach rei vielleicht auf elektro karaktere ziehen damit du noch mit rei in voll team hast ich habe ich habe hier ein paar elektro waffen welche hast du ich habe ja die von crow und die von die doppeltpistole ah samia die ist gut die macht ordentlich damage also es gibt natürlich bessere aber die ist nicht schlecht so dann nehmen wir mal das ding äh wo ist denn jetzt meine kiste falsche pfeffer hast du damals genommen weil du hast ja die kiste nicht mehr ich ja ich habe die doppelkling genommen das habe ich direkt am ersten tag gemacht als ich in das spiel reingegangen bin das war meine erste ssr waffe äh nein neue waffe du musst noch auflernen hast du nicht vergessen ich habe dir das so mit den voreinstellungen gestern gezeigt da kannst du immer die matrizen rein machen damit die immer die beste matrizen bleiben stimmt stimmt ja weil aktuell macht das ja eh nicht viel aus also bei dir zumindest du hast ja nicht viele ich habe noch nicht viele also ja da einfach immer die besten rein machen ja solange du halt noch keine äh solange ich noch keine Auswahl habe das auch genau so machen wir dann weiter die mission schon wieder eingeladen eric was brauchen wir jetzt eigentlich noch was braucht ihr noch so ähm warte das gucke ich direkt ich mache nur noch die matrizen drauf dann mal gucken was ich auch noch brauche ich habe bei mir noch gar nicht richtig geguckt äh soo stimmt kochen das mache ich jetzt erstmal schnell 10 mal kochen 5 mal kochen sogar 5 mal kochen sogar ne was ist denn eine kochstelle in der Nähe ne ne 10 mal schnell eine kochstelle suchen jo 5 mal kochen 2 3 3 4 4 5 5 6 4 5 7 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Ja, also hast du einen Server? Ah, jetzt sehe ich's! Und da habe ich mir auch diesen Sound reingesetzt. Wenn ich dann irgendwo in einen Chat reingehe, dann hörst du das als Begrüßung. So, mal schauen, was haben wir denn noch auf der Liste stehen hier? Ah, ja, das ist... Oh, deine Runde! Ich bin normal, schluss auf Daily Kira, Du irchlagen mit Erleitungen! Ich brauche die Woman für St. Runde, gebär Fotos und danke dir. Da macht mich übel und wäre es mache ich. Ich habe ihn mitgegeben. Das ist ein neißer Mann. So, gucken wir mal, was ich noch hab. So, Kisten öffnen. Basic braucht man nebenbei. Sammeln, sammeln. Ich muss hier mal angeln, okay. Ich müsste noch einen Bossgegner besiegen gehen. Habt ihr Bock drauf? Ja, können wir machen, weil irgendwie hab ich hier... Das sind zwei Missionen. Einmal einen Boss töten und einmal drei Bosse töten. So, die wirklichen... Ich weiß gar nicht, kommst du überhaupt dorthin? Müssen wir mal gucken. Oh, ich bin hier drin. Wo willst du hin? Zum... Ein Weltenbossen... Dingsbums... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich versuch, euch herzurufen. Okay, ich komm. Er sagt nein, du kannst ja da nicht. Ich will noch nicht bei dir teamen. Ja, du kannst save. Du hast ja die Story durchgerusht. Äh, der Computer sagt nein. Ja gut. Außerdem ist durchgerushten nicht richtig. Ich hab sie auf meine Weise genossen. Also durchgerusht, ja. Wisst ihr? Ja, nein, das ist ja nicht richtig. Die Teile, die ich gut fand, hab ich mir angeguckt. Ja, du fandest doch gar keine gut. Das ist falsch. Das Ende fand ich gut. Den ganz, äh, die, äh, den hier ganz neuen hab ich mir durchgeguckt. Man mag's nicht glauben. Das ist doch ein guter, Wins. Ja, das ist doch. Könnte ja, der sich ein bisschen beim Ende... Okay, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir noch Weltbösser. Weil, meiner geht ja leider nicht. Hm. Ich hätte auch noch ein Angebot, aber ich glaub, der geht noch weniger. Warum? Ich glaub, da... Ich glaube, Dimension 9 kommt da erst recht nicht. Nee. Das ist scheiße. Ah, ich hab ne Kiste. Let's go. Komm, Boss. Sei da. Komm, der wird meistens weggefarmt. Ah, der ist weggefarmt worden. Also. Soll das, was du los, mit du ich, mit einer Kaffeeus? Das war's für heute. Ja! Ja! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. 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 Hello. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hello, guys. What's up. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. In English. Das war's. I'm crying. But I'm crying. Jetzt ist es. Das war's. 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 Luna, come in. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Was? Das war's. 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 Nice. Das war's. 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 Er möchte. Das war's. 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 I know. Das war's. 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 What? Das war's. 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 Okay, let's go. No, 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 no. Das war's. 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 I think. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. You have. You have the wrong. The wrong windows. It's okay. Yeah. Okay. You're lucky. You're lucky. You're lucky. You're lucky. You got the character. You're lucky. 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 Yeah. You're lucky. 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 Okay, okay. You're lucky. You're lucky. You're lucky. Okay, okay. Okay, okay. On my channel, on my channel. I'm coming. You're lucky. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I got it. 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 I got it.